hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem commander krieger und herzlich willkommen zu einer kleinen schönen real life story und an dieser stelle möchte ich jetzt mal sagen dieser stunt wurde von professionellen leuten durchgeführt macht das bitte nicht zu hause nach ich habe diese story letztens im stream erzählt und da haben ein paar leute gesagt so was gehört auf youtube mega witzig lad das doch mal hoch und habe dann ein bisschen in meinen archiven rumgewühlt und habe dann noch so ein bisschen so ein paar bewegtbilder gefunden von curacao wir haben dort letztes jahr urlaub gemacht schlange robert und ich waren auf curacao robert und ich waren ein bisschen tauchen und schlange war einfach so mit dabei und wir haben dort eine menge erlebt es war echt ein ziemlich schöner urlaub auch so ein bisschen eigeninitiative das heißt wir hatten ein apartment wir hatten hier diesen isuzu pickup truck und sind mit dem ganz gemütlich durch die gegend gefahren ihr seht auch hier so ein bisschen wie die straße auf curacao eigentlich durchgängig aussieht dort gibt es keine autobahnen oder ähnliches dort gibt es diese diese landstraßen die halt komplett über die insel gehen und man fährt dann halt immer so ein paar kilometer wenn man irgendwo hin will so und wir waren abends unterwegs wollten eigentlich was essen gehen und das problem war dort wo wir gewohnt haben gab es keine so wirklich coolen restaurants wenn man ehrlich ist es gab so eine ich sag mal kleine holländerin aber das essen war so dermaßen fettig und so dermaßen mit panade etc überfüllt dass wir gesagt haben da gehen wir mal lieber nicht hin und sind so ein bisschen durch die ging gefahren haben nichts gefunden haben wir gesagt kommen wir fahren jetzt einfach zum supermarkt das war so eine 20 minuten fahrt fahren zum supermarkt decken uns komplett einholen brot nutella und machen uns einfach nur einen gediebenden abend zu hause und ja ist jetzt ein bisschen widersprüchlich auf der einen seite das fettige essen nicht essen aber auf der anderen seite nutella holen egal wie dem auch sein mag wir sind losgefahren zum supermarkt alles gut es fing schon leicht an zu dämmern zu diesem zeitpunkt das heißt man musste das licht anmachen und ihr seht hier diese straße da sind schlaglöcher links und rechts und man muss halt schon so ein bisschen aufpassen ich war der fahrer dieses vehicles und als wir losgefahren sind war eigentlich noch alles okay es fing ein bisschen an zu regnen und die straßen wenn die dort ein bisschen feucht sind sind halt auch nicht ganz so geil aber naja nichts desto trotz wir sind zum supermarkt haben nutella eingepackt ein bisschen was zu trinken noch ein bisschen was hier ein bisschen was zu müffeln und alles abgeht so wir fahren auf jeden fall nach hause wieder zu unserer wohnung und ungefähr auf so einer straße wie jetzt hier fährt man dann gemütliche 20 minuten lang schlange hat uns währenddessen schön die nutella brote gemacht und in den hals geschoben bzw robert saß hinten hat immer so ein bisschen gemeckert und ja ich wurde dann halt schön gemütlich gefüttert irgendwann hörte ich nur von hinten hund und ich denke mir so was ist jetzt auf einmal hund und ich gucke nach vorne und sehe dass mitten auf der fahrbahn ein weißer hund liegt und ich habe keine ahnung wo ich in meinen gedanken gewesen bin ich habe nur diesen hund gesehen und zugegeben ich war ein bisschen schnell unterwegs ich schätze mal so circa 100 gama was auf diesen straßen schon ordentlich ist und der normale reflex ist wie folgt man geht in die bremse gut wenn ich jetzt mit meinem audi zu hause in die bremse gehe habe ich ein wunderschönes programm das nennt sich abs anti blockiersystem damit kann ich noch ganz gemütlich lenken und kann um diesen armen kleinen hund der auf der straße sich hingelegt hat um ihn herum lenken mit einem isuzu vom baujahr 1990 geht das nicht ich habe voll in die eisen getreten die räder haben blockiert habe eingelenkt und was passiert das heck kommt auf einmal rum ihr müsst euch also vorstellen man sitzt im auto und auf einmal merkt man dass der arsch des fahrzeuges rechts an einem vorbei möchte gut ich habe ja schon das ein oder andere fahrsicherheitstraining gehabt aufgrund meiner ausbildung aufgrund meiner meines werdeganges ich wusste alles klar bremse loslassen gegengelenken habe ich getan gut hat auch funktioniert das heck ging wieder nach hinten kam aber auf der anderen seite wieder rüber und ich sehe nur dass wir frontal auf dem baum und eine mauer zu fahren mit ungefähr noch so 60 kamera ja gut alles klar wieder in die bremse wieder gegengelenkt wieder dagegen gezwirbelt knapp also ich sag mal wirklich knapp also das war vielleicht 50 cm den baum verfehlt die mauer verfehlt und wieder auf die normale straße gott sei dank muss man sagen kam kein gegenverkehr allerdings war auf der anderen straßenseite ein einheimischer der wie soll ich sagen sehr schön sehr schlecht aufgrund der der witterungsverhältnisse zu sehen war und man sah einfach nur das weiße in seinen augen wenn ihr versteht was ich meine auf denen sind wir quasi zugebrettet ich also wieder in die bremse wieder rumgelenkt und kam rum das ganze in bruchteilen von sekunden also ihr könnt euch wirklich vorstellen das ganze ging und 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 so ich habe keine ahnung was mit dem hund passiert ist ich habe keine ahnung was mit dem typen passiert ist die haben auf jeden fall ich würde mal sagen einen richtigen kackschliff gehabt also ich weiß nicht ob die heute noch zusammen arm in arm im graben liegen und zittern wir haben auf jeden fall angehalten und ich weiß nicht ob ihr schon mal so eine situation hattet aber wenn sowas passiert für einen kurzen moment seid ihr einfach wie in wie in einem schock ihr bleibt stehen ihr denkt nach so also und ihr lasst diese ganzen bilder diese diese fünf sekunden haben wirklich sich angefühlt wie zwei minuten das war wirklich so viel adrenalin im körper und alle so und man bleibt dann stehen und denkt einfach nur so was ist da gerade passiert so im endeffekt kann man drüber schmunzeln man kann daraus lernen definitiv und das war in dem moment einfach so gut ja und ich glaube wenn sie nicht gestorben sind sind der mann und der hund immer noch im graben und zittern und sagen hei 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 an dem tag haben wir ein zweites leben geschenkt bekommen und jetzt ich meine im nachhinein lacht man drüber aber in dem moment war es definitiv nicht zu lachen ich habe dann auch so gesagt so alter finde wenn jetzt aber passiert wäre wie soll ich das mama schlange und mama robert erklären das war meine kleine real life story hat es euch gefallen wenn ja hinterlassen bewertung ich bin raus gut schuss bis zum nächsten mal euer kommander tschüss